Was ist der typische Aufgang mit neuronalen Netzen? Die Natur, beim sehenden Wahrnehmen, definiert sogenannte Receptive Fields. Soll so viel bedeuten wie, es sind gewisse Bereiche, die sich immer wieder wiederholen auf unserer Netzhaut, in denen irgendwas wahrgenommen werden kann. Irgendwas bedeutet in dem Sinne Liniengeraden oder auch komplexere Objekte. Und genau an diese Receptive Fields lehnen sich die sogenannten Convolutional Layer an. Der Begriff kommt aus dem Englischen, lässt sich gut erklären. Wir nehmen den jetzt einfach mal so hin. Ich will nur die Idee beschreiben. Die Idee ist, wir haben zum Beispiel ein Bild. Also wir stellen uns vor, wir haben hier ein Bild in der Größe. Und es sei jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild und hier stehen jetzt die Schwarz-Weiß-Werte drinnen. Also hier 2, 10, 3, 8, 0, 100, 1, 2, 4 und so weiter in alle Richtungen. Das sei jetzt unser Bild. Ich denke, es ist gut verständlich. Schwarz-Weiß-Bild sieht so aus. Die Idee ist es jetzt, dass wir uns einen Kernel definieren. Zum Beispiel 3 mal 3. Dem geben wir jetzt Werte. Hier stecken quasi unsere Gewichte drinnen. Und so weiter. Und jetzt gehen wir her, nehmen diesen Kernel und verrechnen ihn in diesen Receptive-Fields, in diesen Wahrnehmungsfeldern, immer zusammen mit dem Bild. Das heißt, einmal setzt man ihn hier drauf. Gehen dann her, rechnen W1 mal 2, W2 mal 10, W3 mal 3 aus und so weiter. Hier für die folgenden. Dann gehen wir her, verschieben ihn in 1, 2 oder 3 weiter. Das kann man selber entscheiden. Aber zum Beispiel könnte man sagen, wir verschieben ihn um einen Satz weiter nach links. Und im nächsten Schritt wieder. Irgendwann gehen wir dann nach unten. Wenn wir drüben angekommen sind. Und machen das Ganze nochmal und so weiter. Und berechnen damit aus dieser Kombination ein verkleinertes Feld. Das wird jetzt, wenn wir 3 mal 3 hier draufrechnen, wird das kleiner sein. Ich deute es jetzt hier mal an. Das ist also nicht mehr so groß wie unser ursprüngliches Bild. Das Ganze machen wir mit Kernel 1, 2, 3. Hier definieren wir uns auch noch mehrere. Das heißt, hier auf der Seite kriegen wir einmal das raus, zweimal, dreimal und so weiter. Jede einzelne dieser verkleinerten Schichten wird quasi als Filterschicht gesehen. Und zu der gehört über so ein Kernel. Was ist jetzt der Effekt, was passiert? Dieser Kernel, der kann sich jetzt plötzlich an gewisse Eigenheiten im Bild gewöhnen, in Anführungszeichen. Das heißt, der erkennt zum Beispiel immer eine Linie von links oben nach rechts oben. Da gibt es einen Kernel, der springt da voll drauf an. Die haben seine Parameter, die sind dann plötzlich so trainiert. Der wird dann an der Stelle im Filter mal liefern. Hier oben ist eine Linie nach rechts oben. Und wir haben einen Filter für alle Linien nach rechts oben. Die werden dann hier verteilt sein. Dann geht es weiter, wenn man jetzt mehrere von diesen Schichten kombiniert, also mehrere von diesen, das ist eine convolutional Schicht. Wenn man jetzt mehrere kombiniert, wenn das die erste sei und wir gehen in die zweite rein, dann kann die zweite jetzt hergehen und die verschiedenen Filter miteinander kombinieren und sehen, aha, da ist ein schräger Strich nach oben, da ist einer nach unten und die sind beide links oben im Eck. Und plötzlich haben wir in der zweiten Schicht die Möglichkeit zu erkennen, dass da eine 1 steht. Das kann sich jetzt zum Beispiel plötzlich auf eine 1 fokussieren oder was ähnliches, wenn es um die Handschriftenerkennung geht. Auf die Art und Weise schafft man es dann, große Bilder irgendwie zu klassifizieren. Das Stichwort große Bilder impliziert aber das nächste Problem, das wir haben. Körnels können recht groß sein, Bilder können riesig sein. Millionen von Pixeln. Bedeutet, es ist ein Haufen Rechenaufwand. Tatsächlich ist es aber so, dass dann im Ergebnis von dem Körnel, wenn wir jetzt mal hier oben so einen Bereich betrachten, meistens nur eine Information wichtig ist, nämlich die größte. Wenn der jetzt links oben hier einen Strich nach oben erkennt, dann ist das maßgebend. Und was er dann hier erkennt, das wird schlechter sein für diesen Körnel. Das braucht man nicht. Deswegen kombiniert man diese Schichten meist mit sogenannten Pooling-Layern. Die machen jetzt wiederum nichts anderes, um es in ein Beispiel zu bringen. Wenn wir uns jetzt hier so ein Ding anschauen und zum Beispiel sagen, hier oben in dem Eck steht 12, 20, 8 und 12 drinnen. Hier stehen andere Werte drinnen. Aber so eine Pooling-Schicht, die nimmt auch wieder so eine gewisse Größe hier her. Wir haben wieder eine andere Farbe. So eine gewisse Größe hier her. Und macht jetzt da zum Beispiel ein Max-Pooling draus. Und nimmt jetzt hier noch einen größten Wert. Was dann dazu führt, in dem Fall wird man eine stark verkleinerte Form noch mitbekommen. Das heißt, wir können die nochmal verkleinern. Was dann zum Ergebnis hat, dass man hier meistens Pooling-Schichten einführt, nach den Convolutional-Layern, um quasi auf die markanten Stellen zu fokussieren. Auch hier gilt wieder, Erfahrungen sagen einem, es funktioniert mit Pooling-Schichten hinter allen Convolutional-Layern für gewisse Dinge besser, wie gegenüber dem, dass man nur am Ende eine macht und so weiter. Also hier steht auch vieles offen, was man, also noch viel mehr offen, was man testen kann. Auch zum Beispiel, wie initialisiere ich hier meine Candles? Wie lege ich los, meine Gewichte hier zu bestimmen? Was dann am Ende passiert, nach einigen Convolutional-Schichten, geht man normalerweise wieder, man hat hier halt jetzt einen zweidimensionalen Vektor, den könnte man auch in die Länge linearisieren. Also auffalten quasi diese Matrize, man geht einfach in eine Dense-Layer, kriegt dann am Ende hier mal Anzeichen dafür, für Wahrscheinlichkeiten, ob man eine 1, 2 oder 3 hat und so weiter, aus den Convolutional-Schichten raus und mit der Dense-Layer kann man dann eine Klassifizierung schaffen am Ende. Genau. Das wollen wir uns jetzt einfach mal konkret ansehen, weil Keras bietet uns dankbarerweise alles an, um das umsetzen zu können. Das wollen wir uns jetzt mal konkret anschauen, und zwar an einem ganz einfachen Beispiel. Was hier vorgegeben ist, sind einfach Bilder, in denen Kreise oder Vierecki drin liegen und wir bauen ein sehr, sehr einfaches Convolutional-Netzwerk auf. Hier sequenziell. Man sieht eine Convolutional-Layer mit 32 Filtern, das heißt, es werden 32 Candles verwendet, mit der Größe 4x4, also 4x4. Als Eingang bekommen wir tatsächlich so ein Bild und gehen dann als nächstes gleich in eine Max-Pooling-Schicht, in der wir auch wieder 4x4 das Reduzieren hier unten und dann am Ende in dieser Fletten-Schicht, die hier steht, dieses zweidimensionale, die zweidimensionale Tritze, die wir kriegen, einfach auffalten, das heißt, in so etwas Langes hier umbauen. Mit dem können wir jetzt wieder in diese Dense-Schicht reingehen, wenn die dann da anschließt, die wird immer kleiner gemacht und am Ende kommen wir mit einer Dense-Schicht mit einem Neuron, das eben sagt Kreis oder Viereck, 0 oder 1 wird gesagt. So trainieren wir das Ganze. Man erkennt hier schon, ich habe hier mal rum experimentiert mit mehr Convolutional-Layern oder weniger, da steht einem alles offen, aber viel komplizierter sieht es dann auch nicht aus, diese Convolutional-Schichten anzuwenden im Kern. Schlussendlich gilt auch hier wieder, es zählt die Erfahrung viel und man muss viel üben, viel testen reinstecken, um ein neues System, eine neue Kategorie von Bildern irgendwie unterzubringen. Große Systeme, wie sie Google trainiert, die haben einfach Unmengen an Daten, Millionen von Bildern, von allem Möglichen und nehmen riesige Netzwerke hier und trainieren die mit immenser Rechenpower, damit die so flexibel diese Dinge erkennen können, so wie wir es jetzt heutzutage eigentlich mehr oder minder gewöhnt sind, dass Gesichter auf Bildern erkannt werden können und so weiter. An der Stelle will ich noch einer Frage nachgehen. Das alles hier ist jetzt noch recht super weiß, auch das Beispiel, das ich eben gerade gezeigt habe. Das heißt, was wir eigentlich, oder was ich hier gerne noch zeigen würde, ist, wenn man das Ganze nicht mehr super weiß macht. Das heißt, wenn man Daten hat, die keinen Label mehr haben. Und die Idee ist eigentlich heilig einfach. Wenn man sich vorstellt, man hat irgendwelche Schichten hier aufgebaut, die können convolutional sein, bleiben wir beim Bilderbeispiel, und dann kommt irgendwann eine Dense-Schicht. Und dann kommt vielleicht eine kleinere Dense-Schicht. Dann geht man jetzt einfach her und baut sich das Netzwerk so auf, dass man es im Endeffekt spiegelt. Das Gleiche nochmal, nur in die andere Richtung. Und jetzt kann man hierher gehen, hier Bild A reinstecken. Und erwartet jetzt einfach am Ausgang wieder das Bild A. Das, was ich hier reinstecke, muss hier rauskommen. Ich habe es symmetrisch aufgebaut. Und das ist jetzt die Idee dabei. Ich trainiere jetzt dieses Netzwerk hier und sage einfach, das, was ich reinstecke, soll hinten auch rauskommen. Was ist jetzt der Effekt, der Vorteil von dem Ganzen? Man sieht hier, ich habe das implizit angedeutet, diese Schichten werden immer schmaler und kleiner. Was erreicht man jetzt dadurch? Irgendwie muss es das Netzwerk jetzt schaffen, in diesen reduzierten Daten hier drinnen, alles an Informationen reinzupacken, was es braucht, um danach das Bild wieder zu rekonstruieren. Das heißt, wenn ich hier ein Bild von einem Apfel reinstecke, dann habe ich hier in der Mitte vielleicht bloß 100 Datenpunkte und muss irgendwie in den 100 Datenpunkten den Apfel unterbringen. Heißt, in solchen Netzwerken kommt es oftmals dazu, dass dann in dieser Mittelschicht plötzlich eine Zahl da ist. Wenn man die aufdreht, dann dreht man die Abfälligkeit des Bildes auf, das dann hinten rauskommt im Endeffekt. Und das ist die Idee dabei. Jetzt kann man natürlich hergehen und das dann kombinieren. Man sagt jetzt, okay, wir trainieren das Ganze so und jetzt packe ich den Teil hier, reiße ihn raus, wenn er trainiert ist und trainieren dann Superweist. Sagt dann, jetzt schauen wir uns einen Apfel an. Also jetzt geben wir dem den Namen Apfel, weil wir hier schon stark reduzierte Daten haben, hat das gute Chancen, dass es schnell und effizient funktioniert. Gleichermaßen kann ich aber auch hergehen, das hier verwenden, stecke jetzt hier zufällige 100 Daten rein und schaue mal, ob ich ein Gesicht rauskriege, das wie ein Apfel aussieht oder was Ähnliches. Das sind ja die ganzen Bilder, die man immer erkennt oder immer sieht im Internet. Vor allem berühmt geworden eben durch diese Convolutional Layer auch für Bilder, weil man natürlich irgendwo da damit auch künstliche Gesichter erzeugen kann. Da steckt dann noch mehr dahinter, da steckt noch mehr Technik dahinter, das ist aber irgendwo im Kern auch immer Teil davon. Auch sehr beliebt in der Anwendung, explizit bei Bildern, weil es wie beim Menschen so ist, wenn man ein Netzwerk erstmal eine Weile sehen lässt, wenn man das erstmal erkennen lässt, funktioniert es danach auch deutlich besser. Das ist das, was wir sehen,